In dem heutigen Video gibt es wie versprochen ein FAQ insbesondere für die Markt Talks, denn wir haben die letzten zwei Videos natürlich damit verbracht, den Markt zu diskutieren, Korrekturen zu diskutieren und was der generelle Fahrplan ist aktuell und wie man von beiden Seiten aus profitiert. Und genau deswegen gehen wir hier auch speziell auf die Fragen der Community ein, bezüglich Altcoin Crash, Altcoin Season und diskutieren auch die aktuelle Korrektur. Denn wie gesagt, der Markt ist aktuell sehr volatil, sehr interessant und da ist es auf jeden Fall ratsam, den Markt aufzudiskutieren und somit erstmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tekken Krypto. Freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Lass mir gerne noch ein Like dazu, gib mir gerne den Support und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, lass mir gerne ein Abo da. Hier findest du alles rund um das Thema Kryptowährungen, Altcoins, Portfoliobewertung, Kryptovorstellungen, FAQs, Markthalks, also die Liste ist auf jeden Fall lang. Plus die nächste Woche werden auch noch Börsentutorials folgen, also ein komplettes Komplettpaket. Und bevor wir rein starten, wir haben ja am Anfang des Jahres eine Tangem Verlosung, ja, gelauncht, kann man sagen, mit sechs Paketen. Sechs Gewinner wurden ausgelost hier in diesem Video und jede Person, also jeder Gewinner hat sich dann bei mir gemeldet und die Pakete habe ich hier alle, alle eigenständig verpackt und diese werden dann am Montag sofort rausgesendet. Und somit hätten wir auch das erste Gewinnspiel abgehakt. Aber ich würde mal sagen, wir starten erstmal direkt rein nach dem Disclaimer. Endlich haben wir wieder einen Kommentar der Woche von It's Me Meryl. Ich habe dich durch Zufall auf YouTube entdeckt und schaue momentan einfach jedes Video, mach super Arbeit. Sowas bedeutet mir natürlich sehr viel, kann man auch unter dem Begriff Binge-Watchen zusammenfassen. Und ich persönlich schaue auch sehr, sehr gerne YouTube und ich kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen, wenn man jemanden gefunden hat, einen Kanal, der sehr, sehr interessant ist und dann jedes einzelne Video von der Person guckt oder von dem Kanal. Von daher ist es eigentlich so das größte Kompliment, was man bekommen kann als YouTuber, zumindest meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich auch sagen, der verdiente Kommentar der Woche. Und wie ich meinte, das FAQ thematisiert den Markt und insbesondere natürlich auch die Videos, die wir hochgeladen haben. Und da haben wir auch das Kommentar von dem Marcel Weber etwas detaillierter besprochen. Apropos, wenn du die Videos noch nicht gesehen hast, check gerne die beiden Videos aus. Verlinke ich dir hier oben. Das ist natürlich ein interessanter Input, den man vorher gesehen haben sollte. Da kam auch das Feedback. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, meine Fragen so ausführlich zu beantworten. Ist mein erster Bullrun, seht es mir nach. Das Ziel von den FAQs bzw. auch generell den Markt zu diskutieren, ist es natürlich die Meinungen aufzugreifen, diese zu verwerten, Input zu geben. Und die erste Frage, die gekommen ist, Altcoin Crash oder Altcoin Season? Das ist die Frage. Wenn wir mal auf den Markt schauen, da sehen wir, gut, er hat sich jetzt mehr oder weniger erstmal beruhigt. Wir haben einige Kryptowährungen, die trotz Crash, in Anführungszeichen, sehr, sehr stark angestiegen sind. Ethereum, Name Service, Sui, Helium und viele weitere. Aber auch einige Kandidaten, die etwas stärker gefallen sind. Aber wenn wir das mal rational begutachten, jeder spricht von einem Crash hier und da. Das sieht nicht so stark nach einem Crash aus. Wenn wir uns das mal ganz genau anschauen, Clayton jetzt hier in der Top 100, die Kryptowährung, die am stärksten abgestraft wurde, die einzige zweistellige. Dann gucken wir ein bisschen weiter runter und das sieht überhaupt nicht mehr nach einem Crash aus. Auch innerhalb der letzten 24 Stunden nicht sonderlich viel. Das heißt, der Markt hat sich wieder gefangen. Das ist persönlich auch generell ein Punkt, warum ich persönlich meinte, die Korrektur kommt. Aber es gibt hier ein sehr, sehr großes Problem. Und zwar sollten wir nicht zu lange und zu krampfhaft auf einen Altcoin Crash warten oder generell auf einen Crash. Und deswegen habe ich auch darunter geschrieben. Und in beiden Fällen zu profitieren, das ist die Devise. Das bedeutet, dass man sich auf beide Optionen vorbereitet, dass man in einer Altcoin Season den Fuß schon drin hat. Generell mit seinem Main Portfolio, aber vielleicht auch mit Positionen, die man sehr, sehr interessant findet. Das heißt, dass man hier wenigstens akkumuliert hat, wenn die Kryptowährungen stark nach oben steigen. Oder für einen Altcoin Crash, dass man sich eben immer noch Geld in der Hinterhand behält. Das ist meiner Meinung nach der rationalste Weg, am aktuellen Markt hier zu partizipieren. Und dahingehend können wir natürlich auch gerne die Korrektur nochmal besprechen. Und zwar, wann denkst du, kommt nochmal eine Korrektur rein? Und was wären deine Top 3 Coins für die CBDC-Sparte? Und dahingehend ganz wichtig, mir persönlich ist es fast egal, wann eine Korrektur kommt. Wir wissen, der Markt ist aktuell sehr, sehr volatil. Es gibt einige Flash-Crashes, die wir auf jeden Fall noch erwarten können. Gehen wir mal auf den Bitcoin drauf. Innerhalb von den letzten 7 Tagen. Schaut euch das mal an. Ein Flash-Crash, dann geht es wieder nach oben, dann geht es wieder nach unten. Er taumelt so innerhalb des 1000 US-Dollar-Bereiches. Der schwankt eigentlich immer. Und wir hatten eine sehr, sehr turbulente Phase vor der ETF-Geschichte, wo wir extrem rasant angestiegen sind, dann wieder einen guten Flash-Crash hatten, dann wieder rasant angestiegen sind, dann wieder einen Flash-Crash hatten. Und ich gehe persönlich eher davon aus, dass der Markt noch leicht weiter volatil bleiben wird. Aber dass man sich auch, wie gesagt, nicht zu 100% drauf verlassen sollte, dass so eine dicke Korrektur kommt, wie sie jeder eigentlich im Kopf drinstehen hat, beziehungsweise generell in die Gedanken hat. Das heißt, dass der gesamte Markt dick blutet, minus 15, minus 20% macht. Denn wir sehen es, viele Kryptowährungen atmen extrem schnell auf, pumpen wieder durch. Und auf die 7-Tages-Sicht haben wir hier viel, viel, viel mehr Gewinner, als wir eigentlich Verlierer haben. Und genau deswegen sprechen auch viele. Also nicht nur genau deswegen, aber das ist auch ein Punkt, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo die Altcoin-Season weiter aktiv bleiben kann, beziehungsweise die Altcoin-Season sich weiterhin auslebt. Das bedeutet, dass die Altcoins den Bitcoin und den Ethereum outperformen. Wir hatten ja innerhalb der letzten zwei Monate viele Kryptowährungen, die sehr, sehr gut performt haben, 500 bis 600% plus gemacht haben. Und genau deswegen lohnt es sich, neben dem potenziellen Altcoin-Crash, natürlich auch die potenzielle Altcoin-Season mit einzukalkulieren und sich schon mal die Fragen zu stellen, okay, was passiert, wenn wir noch eine Altcoin-Season erleben? Und da habe ich hier eine Frage von dem Devin. Und zwar, wie würdest du handeln, wenn wir in der nächsten Zeit die Altcoin-Season sehen? Ich würde wahrscheinlich auf die Steuerfreiheit pfeifen, Teilgewinne ziehen und den Gewinnen gute unterbewertete Altcoins stecken, die noch nicht stark gestiegen sind. Wie ist deine Meinung dazu? Da meinte ich auch, kommt drauf an, wie stark die Altcoins steigen. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn erstens muss man sich natürlich selber seine Ausstiegszeitpunkte festlegen. Wenn wir jetzt bei einer Kryptowährung ein 2 bis 3x gemacht haben innerhalb von kurzer Zeit, dann kann das ganz relevant sein. Es muss sich natürlich auch finanziell lohnen. Da kann man sich auch vorher Gedanken machen, zum Beispiel, wenn eine Kryptowährung sehr schnell ein 5x macht, dann kann man hier auf jeden Fall Teilgewinne realisieren, die beispielsweise auch durch einen Hype ausgelöst wurden und den nicht so stark auf Fundamentals basiert haben. 20% beispielsweise abverkaufen oder sein Initialinvest rausholen. Das heißt, wenn wir 1.000 Euro in eine Kryptowährung investiert haben, die macht ein 10x oder ein 5x, dann nimmst du die 1.000 Euro wieder raus. Vielleicht ein bisschen mehr um den Gewinn. Um die Steuern noch abzudecken, bezahlst halt Steuern, verzichtest auf die Steuerfreiheit, aber realisierst Gewinne, das finde ich persönlich auch sehr relevant. Und von daher kann man das auf jeden Fall mit einplanen. Und warum Steuerfreiheit? Ja, das haben wir natürlich in den Videos hier auch nochmal näher erläutert. Und der Meinung sind viele, beispielsweise hier, lieber Steuern zahlen, als am Ende reinzuscheißen. Hier ist eben nur wichtig, sich vorher im Kopf auch schon mal Gedanken zu machen, ab wie vielen x man einen Teilgewinne realisieren möchte und bei welchen Assets. Denn ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn wir hier mal auf die Watchlist gehen, dass es einige Kandidaten gibt, wo man generell sehr, sehr viel Potenzial drin sieht, wo man beispielsweise auch ein sehr, sehr starkes Staking hat, wo es sich also lohnt, die Kryptowährungen länger zu halten, beispielsweise Bitentzotao wäre es jetzt hier in meinem Fall, oder auch weitere Kryptowährungen mit einem guten Staking, beispielsweise hier Aleph Zero. Aber das wird wahrscheinlich die wenigsten Kryptowährungen betreffen, von daher kann man sich das auf jeden Fall auch zu Herzen nehmen. Und jetzt gehen wir nochmal auf das Kommentar ein, Was wären deine drei Coins für die CBDC-Sparte? Und ich würde sagen, auch wenn das nicht zu 100% damit zusammenhängt, CBDCs und ISO 222, persönlich CBDCs, da gibt es meines Erachtens nach, die so klassisch sich auf CBDCs spezialisieren, nicht so viele Kryptowährungen. Deswegen teilen wir das mal etwas weiter auf, reden auch generell von den ISO 222 Coins, beziehungsweise auch Tokens. Da würde ich persönlich sagen, QuantQNT, CBDC-Kryptowährungen, Algorand, CBDC-Kryptowährungen, die würde ich mit reinzählen. Und dann finde ich Casper generell noch gut und LCX. Ich habe das Bild nicht mehr gefunden, deswegen habe ich hier mein altes Video genommen. Aber das wäre so meine Top 3. Und jetzt kommen wir zur Cointracking-Frage. Cointracking sollte eigentlich vielen Einbegriffs sein, die Plattform, wo man seine Coins tracken kann. Aber der große Vorteil ist eben, dass wir hier auch noch einen Steuereport erstellen können. Und das heißt, es lohnt sich auch, seine Kryptowährungen richtig ordnungsgemäß zu tracken, weil man dann nicht nur weiß, wie die aktuelle Bilanz ist und wo man ein Plus ist, wo man ein Minus ist. Nein, weil man gleich noch einen fertigen Steuereport erstellen kann. Und hierzu hatten wir schon eine eigene Videoreihe erstellt, wie man den Steuereport erstellt und eine weitere Rubrik, wo ich eure Fragen beantworte. Also ich glaube, es gibt nicht viele, die mehr Content zu Cointracking haben, als wir es hier haben. Und wir gehen natürlich auch immer in jedem FAQ drauf ein. Also auch heute hier, was ist mit den Coins, die man schon einige Jahre auf einer Wallet hält, von denen es aber keine Nachweise mehr von Börsen bezüglich dem Kauf gibt, reicht der Nachweis der bloßen Haltezeit also über ein Jahr. Das bedeutet, wir haben beispielsweise mal Bitcoin vor drei Jahren gekauft, haben dabei keinen Beweis mehr von der Börse. Die CSV-Dateien können beispielsweise nicht mehr generiert werden. Man weiß aber, okay, ich hatte den Bitcoin gekauft, damit nicht getradet und der müsste ja steuerfrei sein. Aber das reicht theoretisch nicht aus. Der erste Punkt, der dir aushilft, ist ein Steuereport zu haben. Das heißt, wenn du diese Gewinne realisierst, kannst du es erstens natürlich mit Cointracking zeigen, okay, hier habe ich Gewinne realisiert und die Kryptowährung halte ich aber schon über zwei, drei Jahre. Aber das reicht manchmal nicht aus, weil du kannst ja irgendwas auf Cointracking hinschreiben. Das Gute ist aber, dass in Krypto alles rückverfolgbar ist. Das heißt, du siehst ja, wann diese auf die Wallet gekommen sind. Daher kannst du es erstens beweisen und zweitens selber gut eintragen. Das heißt, wenn du nicht ganz genau weißt, wann du diese Kryptowährung überhaupt gekauft hast, dann nimm deine Bitcoin-Wallet-Adresse, tracke deine Bitcoin-Wallet-Adresse und dann siehst du, wann du die Kryptowährung erhalten hast und du kannst auch easy nachweisen. Also die Blockchain lügt nicht und das finde ich persönlich ideal. Von daher, Wallet in Kombination mit Cointracking, da geht es eigentlich nicht besser. Natürlich nur bei Rückfragen musst du die Wallet zeigen. Cointracking reicht hier ansonsten auch schon aus. Es muss natürlich nur schlüssig sein. Und ich habe noch eine weitere Frage bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal beantwortet habe, deswegen mache ich es jetzt lieber nochmal und zwar, hey, Konstantin, mein Abo bei Cointracking über deinen RefLink ist abgelaufen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, Cointracking über meinen Link zu kaufen. Somit bekomme ich auch einen Teil davon ab. Und da sehen wir auch den Referral-Code aktiviert und ihr bekommt 10% Rabatt. Und wenn der abgelaufen ist, normalerweise sollte der nicht abgelaufen sein, aber dann könnt ihr gleich nochmal auf den Link klicken, dann bekommt ihr den wieder und ihr könnt auch spätere Pakete somit kostengünstiger bekommen. Und somit hätten wir auch diese Frage beantwortet. Und somit war es das zu diesem Video. Wie gesagt, die Theorie, dass der Bullrun jetzt schon zu Ende ist, den können wir gerne in einem anderen Video noch aufgreifen. Aber bis dahin würde ich auch schon sagen, das war es von meinem Part. Die Cointracking-Playlist verlinke ich dir hier und hier. Und ansonsten frohes Schaffen. Ich persönlich habe meinen Steuerreport zu 99% schon fertig. Das Einzige, was ich noch eintragen möchte, ist das Staking. Da müsste ich theoretisch, wahrscheinlich sogar schon nächste Woche, einen Call mit Cointracking führen können. Dann kann ich euch die Informationen auch übermitteln, wie man das am besten macht. Das meinte ich zu euch ja. Ich versuche euch da so weitestgehend auszuhelfen, so wie es natürlich in meiner Macht steht. Zeittechnisch und natürlich auch erfahrungstechnisch. Aber ich halte auf jeden Fall mein Versprechen. Von daher könnt ihr gespannt sein. Bis dahin. Peace out.